Hallo, hier ist Elena. Jetzt ist es nur noch ein Tag bis Heiligabend und natürlich gibt es auch heute wieder ein Büchlein für euch und zwar von Lucy Castell, Weihnachten wird wunderbar. Wir treffen hier auch die beiden Schwestern Scarlett und Millie, die sitzen nämlich total eingeschneit am Londoner Flughafenfest und werden es wohl nicht mehr nach Hause in die Bretagne schaffen, um dort Weihnachten zusammen zu feiern. Ziemlich betrübt, aber was kann man machen, da taucht plötzlich der Engländer William auf und lädt sie zu sich nach Hause ein. Und so wird das Weihnachtsfest ganz anders als erwartet und das hier ist eine wunderbare Weihnachtskomödie mit französischem Esprit und britischem Humor und ist wirklich etwas zum Lachen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns dann morgen wieder.